Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es ist Freitag, das bedeutet, wir nehmen einen kleinen Teaser auf für unsere Sendung am Montag. Freitag ist Freutag. Freitag ist Freutag und ich wollte nämlich gerade sagen, was für ein Freitag das heute ist. Leck mich am Buckel, der Schwarzwald, präsentiert sich, sag's. Ich habe gerade vor Augen, wenn ich dich am Buckel leck. Blauer Himmel, Sonnenschein, du hast früh gearbeitet, Frühfeierabend und das bedeutet, zwei Pferde warten jetzt auf dich. Tja, und das bedeutet, für mich ist ein einsamer Freitag. Heul doch. Ja, es ist aber wirklich so, ich habe heute frei, diese freien Tage sind, kannst du an einer Hand abzählen. Im Jahr. Im Jahr, wohlgemerkt, aber Sonne, blauer Himmel, Schwarzwald, Pferde. Du weißt doch, wo ich bin, komm einfach. Was hast du vor? Ich will in den Wald fahren, mit dem Klecks, ausreiten. Mit dem kleinen Tänzer. Es ist ja auch so, dass ich durchaus noch was zu tun habe hier, ne? Also, weil, wer ist eigentlich auf die beknackte Idee gekommen? Stimmt. Wer ist auf die bescheuerte Idee gekommen, diesem Fohlen einen Namen, einen Namen zu geben? Dem Paulshoffohlen. War ich das vielleicht? Ja. Jetzt muss ich es ausbaden. Wir haben unsere Hörerinnen um Vorschläge gebeten und sie haben geliefert. Mal eine kleine Auswahl. Ich wollte gerade sagen, der Schönste steht ganz oben. Ich verrate ihn jetzt nicht. Ja, ich verrate ihn jetzt, aber gleichzeitig auch mein Favorit. Aber jedenfalls erstmal vielen Dank für die vielen, vielen Vorschläge. Mit C sollte es sein, ein Mädchenname. Und sie tanzt gerne, habe ich geschrieben. Und dann sind so Vorschläge gekommen, wie zum Beispiel Cha-Cha-Cha oder Karimbo, das hat die Lisa geschrieben, wie die Tänze. Choreo hat die Carola vorgeschlagen. Corona. Hm. Gibt immer irgendwie so einen negativen Touch, glaube ich. Ist aber auch ernsthaft vorgeschlagen worden von der Marlene. Dann hier, noch ein paar Beispiele. Die Capri-Sonne, die ist auch dabei. Die Capri-Sonne. Kalypso. Chichi fehlt. Das fand ich ja auch noch gut. Chichi. Genau. Stimmt. Chichi. C-I-C-I geschrieben. Ja. Chichi fand ich total süß. Auch nicht schlecht. Mein Favorit. Meiner auch. Sag's. Wisst ihr, was Mondsichel auf Französisch heißt? Ich sag's jetzt. Croissant de Lune. Croissant de Lune. Lune. Also wenn das nicht edel klingt. Heißt es Lune oder heißt es Lune? Lune. Lune. Ja. Französisch-Leistungskurs in der Schule. Hoffentlich. Also es müsste geklappt haben. Croissant de Lune. Entscheidend tut der Hubert. Also wir gehen die Tage. Der Hubert tut's hoffentlich. Wir gehen mit der Liste zum Hubert und dann wollen wir mal schauen, worauf seine Wahl fällt und was ihm gefällt. Er lässt sich aber vielleicht auch so ein bisschen beeinflussen, oder? Mit irgendwie. Ich könnte mir sogar vorstellen, der Vorschlag kam von Almut, dass die das Fohlen dann kauft. Die ist nämlich schon ganz verliebt. Worüber reden wir sonst noch in der Sendung? Wir reden auch über ein trauriges Thema, was uns bewegt hat. Dorothee Schneider ist das Stichwort. Eine Olympia-Reiterin. Die hat dasselbe Schicksal ereilt wie dich. Das Pferd von Dorothee Schneider, nicht Dorothee Schneider. Um Gottes Willen, das Pferd von Dorothee Schneider. Bei einer Siegerehrung tot umgefallen. Aorta-Abriss. Das werden wir nochmal besprechen. Wir besprechen auch eine Untersuchung der Reiterlichen Vereinigung zum Thema Ansteckungsgefahr in Reithallen mit dem Coronavirus. Das haben die untersucht und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Und es gibt jede Menge Spaß, Stallgebabbel und du erzählst alles Aktuelle von ACDC und Klecks, oder? 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 Du willst Klecks heute deine Apple Watch umbinden, um den Hals. Ja, genau. Ich habe mich die ganze Zeit noch nicht so doll getraut auszureiten, weil er ist mir ja einmal abgehauen im Gelände, zum Glück in der Nähe vom Stall. Jetzt, wenn ich ausreiten gehe, mache ich meine Apple Watch an den Sattel, sollte er mich in den Dreck schmeißen und abhauen. Kann ich auf meinem Handy gucken, wo er ist und dann finde ich ihn wieder. Pro-Tipp. Alle Einzelheiten und was es sonst noch so gibt, am Montag im Pferde-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss, viel Spaß. Tschüss.